Hallo zusammen, wir sind heute am vorletzten Teil von unserem Golf 7 Tuning Projekt angelangt und wie ihr sehen könnt, bekommt ihr einmal ein Sound Upgrade von der Abgasanlage her und den passenden Diffuso dazu. Wie ich das Ganze montiere, seht ihr gleich nach dem Intro. So, als allererstes gehen wir an die Abgasanlage dran. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier eine ganz normale einseitige Abgasanlage. Das ist nicht ganz so cool und nicht passend von der Optik, deswegen hätten wir gerne einmal die Duplex links und rechts, damit wir hier die GTI Optik natürlich auch sauber haben. Deswegen haben wir für euch auch im Shop diesen Endschalter im Angebot, dank E-Prüfzeichen natürlich auch komplett stressfrei, was das Thema Eintragung angeht und mit schönen Endrohren. 90er Außendurchmesser, sieht super aus und passt dann auch später zum Gesamtbild. Aber, jetzt legen wir erstmal mit der Montage los. Wir haben hier hinten einmal ein Flanschsystem, das heißt am Original Endschalldämpfer müssen wir einen Schnitt machen, der sich in etwa hier befindet, da die Abgasanlage werkseitig komplett durchmontiert ist. Daher einmal hier öffnen und damit wir hier den genauen Punkt finden, müssen wir einmal den neuen Endschalldämpfer so positionieren, wie er später sitzen soll. Ich nehme hier wieder meinen Kollegen Getriebeheber zur Hilfe. Und dann könnt ihr euch hier an den Haltergummis orientieren, wo wir später hin müssen. Schaut, dass wir hier in einer Flucht sind später. Das Ganze natürlich auch auf der anderen Seite, damit er nicht krumm und Schöp hängt. So, hier sieht es gut aus. Das sieht sehr gut aus. Dann könnt ihr jetzt hier genau sehen, hier haben wir in etwa die Flucht. Damit wir natürlich die Original Abgasanlage schön in die Muffe einschieben können. Lassen wir uns noch etwas Platz. Ziehe hier einmal einen Strich. Und dann passt das. Wichtig ist, gebt hier lieber etwas mehr Material, wie dass er zu viel abschneidet. Weil korrigieren können wir immer noch, indem wir etwas abnehmen. Aber hinzufügen wird dann schwierig, weil zum Schluss können wir das Ganze später schweißen. Und dann wird es natürlich suboptimal von der Vergehensweise her. Also, dann lege ich los und cutte den alten Endschalldämpfer mal ab. Ich habe mich jetzt bewaffnet. Ich würde euch empfehlen, hier immer einen elektrischen Fuchsschwanz dazuzunehmen. Vorteil hier gegenüber ist, dass man meistens viel leichter zwischen die Karossen kommt und dort arbeiten kann. Und gegenüber der Flex einfach ein kleinerer Aktionsradius hat. Also, dann trenne ich das Ganze jetzt mal hier an der Schnittstelle. Wie ihr sehen könnt, es geht durch wie Butter. Einwandfrei. Jetzt können wir den Endschalldämpfer abnehmen. Jetzt können wir die Halterung hier wegnehmen. Und dann den gesamten Endschalldämpfer einmal ablassen. Und jetzt müssen wir die Gummis hier links und rechts rausziehen. Dazu am besten ein bisschen Gleitspray nehmen und das Ganze ein bisschen einfetten. Umso leichter haben wir es dann jetzt gleich bei der Demontage. Und dann das Ganze hier über den Wulst drücken. Nummer eins. Und nun können wir uns vom alten Endschalldämpfer verabschieden. So, nun geht es weiter mit dem Diffusor. Das mit dem demontieren. Hier fangen wir an. Der ist einmal hier in der Mitte mit so Kunststoffnieder befestigt. Dann geht es weiter, dass der ganze Diffusor hier geklipst ist. Schaut mal hier rein. Hier seht ihr den Clips. Wie er sich nach oben biegt. Dann auch einfach. Im Schraubezieher. Etwas raushebeln. Und schon kommt er langsam. So können wir uns auch Stück für Stück durcharbeiten. Und auch hier im Handumdreher ist der demontiert. Wie ihr sehen könnt, ihr müsst jetzt mal den Stoßfänger hinten abbauen. Also total easy going. Und wir sagen auch Tschüss. Original Diffusor. Hallo neuer Diffusor. Wie immer zuerst einmal Passgenauigkeit kontrollieren. Das heißt einmal reinstecken. Et voilà. Sieht gut aus. Wichtig ist jetzt, drückt ihn richtig bis an den Anschlag dran. Dass er sauber sitzt. Und dann können wir uns einmal hier den ganzen Kanteverlauf anschauen, dass er da sauber läuft. Und das sieht gut aus. Und jetzt geht es zur Befestigung. Wie ihr sehen könnt, ist jetzt hier von der Innenseite sehr gut zu sehen, wie die ganzen Führungen hier entlang laufen. Die markieren wir uns jetzt einfach mit einem Edding, wo die Anschlagpunkte sind. Und dann können wir das ganze Ding auch schon wieder rausnehmen. Und dann zeige ich euch warum wir das markiert haben. Im Lieferumfang sind hier solche Karosseriescheiben und Schrauben mit dabei. Und die können wir jetzt genau hier an diese Punkte ansetzen. Und dann ist es wichtig, dass wir hier auf die Kante gehen. Und dann unsere Bochung setzen und dort die Schraube durchziehen. Dann verhindern wir nämlich, damit der Diffusor mit der Zeit auswandern kann. Und das machen wir jetzt Stück für Stück. Hier sieht man jetzt ganz gut, wenn ich dann das Blechmutter drauf schiebe und die Schraube rein ziehe. Dann ist er da gesichert und kann ihn nicht abhauen. Wenn ihr den Stoßhänger ausgebaut habt, lässt sich das Ganze natürlich leichter gestalten. Das ist dann eure Entscheidung. Alternativ gibt es noch Variante Nummer 2. Ihr nehmt einen Heißluftfön und bearbeitet diese Stelle hier. Temperaturbereich stelle ich hier ca. 200 Grad ein. Damit ich punktuell genau diesen Überstand hier erwärme und dann einfach nach unten biegen. Das Ganze einfach abkühlen lassen und schon ist er auch gegen Herausdrehen gesichert. Und so können wir uns jetzt Stück für Stück durcharbeiten. Jetzt müssen wir hier noch die Verbindung herstellen. Das ist jetzt auch eure Entscheidung, was ihr nehmt. Man kann hier Kunststoff-Spreiznäte nehmen. Man kann normale Popnäte nehmen. Oder wie in meinem Fall, ich nehme einfach eine normale Karosserieschraube. Und jetzt haben wir den Diffusor montiert. Auch hier kein großes Hexenwerk, das ging ratzfatz. Jetzt müssen wir den Endschalldämpfer noch dran machen. Jetzt muss ich die Halterhung wieder an den neuen Endschalldämpfer anbringen. Auch hier heißt die Devise, umso mehr flutschi, umso leichter geht es. Und dann das Ganze einfach hier wieder einsetzen. Wenn die natürlich grissig oder porös sind, dann empfiehlt es sich hier gleich neue zu verwenden. Das müsst ihr dann euch einfach anschauen, wie der Zustand von den aktuellen Gummis ist. Und dann können wir das Ganze schon mal wieder ansetzen. Dann können wir hier die Halterung auch wieder montieren. Dadurch, dass wir hinten noch offen lassen haben, können wir das Ganze jetzt einmal in der Seite noch ein bisschen variieren. Und jetzt ist es wichtig, beide Endrohre gleichmäßig auszurichten. Schauen wir uns an, dass die Abstände links und rechts schön passend sind. Und dann können wir das Ganze festziehen. Endrohre gleichी mit dem Ich bin nun fertig, habe die Auspuffanlage ausgerichtet, die Endrohrer, alles miteinander verbunden, die Schraube schön fest angezogen. Ein kleiner Tipp noch für euch, je nach Motorisierung habt ihr unterschiedliche Rohrdurchmesser in der Originalabgasanlage. Messt das vorher aus, damit ihr auch das passende Reduzierstück, gegebenenfalls Übergangsstück an den Sport-Endschalldämpfer habt, damit euch hier kein böses Erwache später kommt und hier irgendwelche Durchmesser nicht passen würden und ihr ein riesen Loch habt. Ich habe, wie gesagt, das Ganze jetzt schön ausgemittelt. Ich finde von der Optik her eine sehr coole Sache, sieht richtig schön aus. Wir hören uns jetzt gleich mal an, ob er ein bisschen Ton bringt. Aufgrund der neuen Regularien ist das ja leider jetzt immer schwieriger geworden, aber ich bin zuversichtlich, damit wir zumindest einen leicht dumpferen Ton haben. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns doch ein Like da, teilt das Ganze in die Welt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, tschau tschau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.